Wenn ihr zufällig in den US-Bundesstaaten Hawaii, Mississippi, New Mexico, South Dakota, Utah oder North Carolina lebt, dann kann ich euch wahrlich nicht empfehlen, ein Krösken, wie man so schön bei uns im Ruhrgebiet, wo ich herkomme, sagt, anzufangen mit einer Frau, die verheiratet ist. Das kann nämlich verdammt teuer werden. Denn 750.000 Euro muss ein Mann zahlen, der ein Verhältnis hatte mit einer verheirateten Frau. Wer hier was von wem gefordert hat und was die amerikanischen Gerichte da so ausurteilen, erfahrt ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Und an dieser Stelle schon einmal der Aufruf, lasst gerne ein Abo da, falls euch Rechtsthemen auf YouTube interessieren oder amüsieren, würde ich doch mal so sagen, wenn ich auf das nächste Thema gucke. Jedenfalls musste ich schmunzeln, als ich diese News gelesen habe. Ich glaube, im Spiegel habe ich sie als erstes gelesen, aber andere Zeitungen hatten sie auch. Ich habe die dann nochmal nachrecherchiert bis zu CNN und auf der US-Seite und da scheint wirklich was dran zu sein. In North Carolina hat Kevin Howard 750.000 Dollar bekommen, das sind etwa 685.000 Euro, weil er den Liebhaber seiner Ex-Frau verklagt hat. Warum hat er den Liebhaber seiner Ex-Frau verklagt? Nun, er hat sich darauf berufen, dass der Lover in die Beziehung reingegangen ist und sich da quasi reingedrängt hat. Und er hat ein Gesetz rausgekramt, besser gesagt, seine Anwältin hat ein Gesetz rausgekramt aus dem 19. Jahrhundert. Und da steht drin, dass es erlaubt ist, einem Ehepartner zu, dass man, dass einem Ehepartner erlaubt ist, jemanden zu verklagen, der für das Scheitern seiner Ehe durch unrechtmäßiges oder böswilliges Handeln verantwortlich ist. Und die Rechtsanwältin Mills, die Familienrechtlerin, die das hier gemacht hat, die hat gesagt, jedenfalls gegenüber CNN, in ihren letzten 31 Jahren als Anwältin, hat sich schon viel dieser Verfahren geführt, nämlich 30 und 5 würden gerade laufen. Allerdings geht es eben nur in sechs Bundesstaaten in den USA. Hier hatte der gute Herr Howard Glück, dass er in North Carolina wohnte. Da gab es eben noch ein Gesetz aus dem 19. Jahrhundert, damals als Frauen noch als Besitz des Mannes angesehen worden sind. Und da war es dann egal, ob jemand einem ein Pferd geklaut hat oder die Frau geklaut hat, der wurde dafür bestraft. Und dieses Gesetz zieht die Kollegin Mills und gewinnt damit auch. Hier war es so, dass die Ehe nach zwölf Jahren in die Brüche gegangen ist. Und, so sagt es Howard, oder Herr Howard, die Ehefrau hätte ihm ursprünglich gesagt, dass sie die Scheidung will, weil er zu viel arbeite und nie da war. Das konnte er überhaupt nicht glauben. Er hat einen Privatdetektiv engagiert und er ist unglaublich herausgefunden. Seine Ehefrau hatte eine Affäre mit einem Arbeitskollegen. Noch nie da gewesen, so etwas. Aber er hat es mit einem Privatdetektiv herausgefunden. Und er pört sich dann auch den Medien gegenüber. Er kam in mein Haus. Er hat mit mir zu Abend gegessen. Wir haben Geschichten erzählt und über unser Privatleben gesprochen. Ja, so ist das natürlich, wenn man nicht auf seine Frau aufpasst. Das ist jetzt dem guten Herrn Howard passiert. Er hat dann vor einem Gericht der Stadt Greenville geklagt. Er bekam Recht. Die Leute müssen verstehen, dass die Ehe heilig ist, hat er gegenüber dem Fernsehsender YITN gesagt. Den größten Fall, den Mills, also die Anwälte vom Howard gewonnen hat, den hatte sie übrigens in 2010 gewonnen. Da musste man 5,9 Millionen Dollar zahlen an den Ehemann, der betrogen worden ist quasi. Da ging es auch um eine Ehe, die noch länger war. Also ganz schön eine teure Angelegenheit kann das werden, wenn man so rein crasht in eine bestehende Ehe. Und der größte Fall lag mal bei 9 Millionen Dollar. Also unglaublich, was man da in den USA plötzlich für Schäden zahlen muss. Wobei, über so manche Schäden habe ich hier mal aufgeklärt. Und was ich daraus gefunden habe, ob die immer alle so echt sind, die Schadenersatzsummen, zum Beispiel der heiße Kaffee bei McDonalds, der über das Knie gegossen wird, da könnt ihr euch hier mal informieren. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns hier morgen schon wieder. Verrückter Fall aus Amerika, den wollte ich euch nicht vorenthalten. Tschüss und bis dahin.